Was ist der Prozess, der in Gang gesetzt worden ist? Die Kommunikation zum Bürger muss da sein. Der Bürger ist eben selbstbewusster, hat auch durch das Internet und Medienzugang heute auch viel mehr Wissen. Man kann gar nicht mehr sagen, die Leute, die jetzt oben an der Spitze sind, haben vielleicht das meiste Wissen. Das sind, wie hier zum Beispiel der Herr Otto, Fachleute in der Bürgerschaft, die Architektur studiert haben, die vielleicht noch gar nicht die Zeit hatten, sich damit intensiv jetzt zu beschäftigen. Das waren solche Leute, aber auch die Normalbürger. Er will sich ja auch wohlfühlen in der Stadt. Besonders gefällt mir Herr Professor Christ, dass die Stadt wieder belebt werden soll, auch mit Kindern. Das ist das A und O. Überhaupt. Denn das sind ja auch die zukünftigen Kunden dieser Einkaufszentren. Also ich bin hier bei der Stadtplanung beschäftigt und habe unmittelbar mit diesem Projekt auch zu tun, weil ich den Bebauungsplan für dieses Objekt betreue. Da habe ich gleich eine Frage. Warum muss ein Bebauungsplan, die Erstellung eines neuen Bebauungsplans ein Jahr dauern, wie man gesagt hat, bei der letzten Veranstaltung? Weil die gesetzlichen Vorschriften, was die Beteiligung angeht und die Beschlüsse angeht, das einfach vorsehen. Jetzt war aber eben ja die Rede davon, dass, naja gut, also wir haben den Bebauungsplan ein Jahr, dann kann aber parallel die Bauplanung eigentlich schon stattfinden. Ist das richtig? Ja, das ist so. Also das ist sogar so, dass die parallel stattfinden muss, weil wir mit dem Bebauungsplan ja bestimmte Bedingungen, die mit diesem Center dann verfolgt werden, auch umsetzen müssen. Und um nochmal darauf zurückzukommen, was jetzt die Dauer eines solchen Verfahrens angeht, hat es unmittelbar damit zu tun, dass in den Beteiligungsverfahren letztendlich, das sind Bürgerbeteiligung, Offenlegung, sind die Prozesse. Da können die Bürger natürlich oder auch andere Betroffene Stellungnahmen zu abgeben, die abwägungsrelevant sind. Und letztendlich kann durchaus, dass im Laufe eines Verfahrens immer wieder geschehen, dass da neue Beschlüsse herbeigeführt werden müssen. Und dadurch entstehen natürlich Laufzeiten für einen Bebauungsplan, die sogar weit über ein Jahr hinausgehen können. Aber wir sind natürlich hier wegen der Wichtigkeit dieses ganzen Prozesses natürlich bestrebt, das vernünftig und zügig durchführen zu können. Aber letztendlich ist das Ergebnis zum Schluss immer offen. Also wir sind sehr froh über die große Beteiligung, denn wie da ja schon gesagt wurde, wenn man gemeinsam Verantwortung übernimmt, fällt es hinterher schwer zu sagen, nee, das will ich jetzt alles nicht. Gemeinsam etwas entwickeln ist gut und sich nicht so sehr davon einträchtigen und behindern lassen und so viele Scheren im Kopf haben, wir haben kein Geld. Sicher, wir haben kein Geld, aber man muss überlegen, wie man es trotzdem schafft. Dann fragen wir mal ganz kurz zum heutigen Abend hier. Das, was von Professor Christ gekommen ist, das war ja doch schon ziemlich gewaltig. Oder zumindest, sagen wir mal so, eine Veränderung des gesamten Stadtbildes, die er im Auge hat. Kannst du dich das vorstellen, dass sowas passiert? Natürlich kann ich mir das vorstellen, dass sowas passiert. Es kann ja in den nächsten fünf Jahren alles passieren, also über einen langen Zeitraum, 10, 15, 20 Jahre selbstverständlich. Und das ist das, was meine Kollegin gesagt hat, man muss halt visionär sein und auch über den Tellerrand gucken. Es hat keinen Sinn zu denken, wir brauchen hier nur ein Einkaufszentrum und dann ist alles gut. Das ist eine Stadt und eben kein Einkaufszentrum auf der grünen Wiese. Bürgergemeinschaft. Das ist eine Idee, die ich so noch nie gehört habe. Und ich habe ja gemerkt, das hat auch niemand anders bisher gewusst, dass es sowas gibt. Aber wie kann man sowas in Gang setzen? Naja gut, das bedarf irgendwie mit jeder Idee, bedarf es erstmal mit Trägern der Idee, also Leuten, die das tun wollen. Und da gibt es ja in Minden erstmal noch keine Gruppe dafür, jedenfalls ist mir keine bekannt. Wie wäre es denn, wenn man einfach eine Annonce mal irgendwo in eine überregionale Zeitung setzte? Das ist eine aufstrebende Stadt, Mittelzentrum, mit vielen Schulen, viel Kultur, hat Möglichkeiten für urbanes Wohnen. Interessenten mögen sich melden im Baubüro. Jetzt gab es ja diese Geschichte mit der Baugemeinschaft. Offensichtlich noch nie jemand was von gehört. Wie finden Sie die Idee denn? Schlecht nicht. Ich glaube, wir haben bei uns auch so ein altes Kaseriengelände. Es wurde jetzt komplett abgerissen und es entsteht da ein Ems-Augenpark. Der liegt direkt an der Ems und das ist auch ein bisschen mit Wohnen am Wasser. Und es soll so eine Art eigener Stadtteil werden, aber irgendwie auch nahe zur Stadt mit vielen Viertel, kleinen Einkaufsläden und sowas. Da sind auch, ja, etwas so ähnlich, kann man das vielleicht sehen, also wie eine Siedlung halt. Vielleicht wird es ja inmitten auch was. Schönen Dank. Wie hat Ihnen das heute Abend gefallen? Gab es Ansätze, die für Sie positiv waren oder gab es auch negative Dinge? Ich finde, es waren insgesamt sehr positive Dinge dabei, dass mein Experte genau analysiert hat, wo die Schwächen dieses ganzen Systems liegen, nämlich in diesen Sackgassen und so weiter. Und auch die nicht bebauten Flächen, sodass man wirklich mal eine schöne Stadt empfindet, wenn man zum Beispiel durch Münster durchgeht. Das ist eine wunderschöne Stadt und wahrscheinlich, wenn man sich das mal genau anguckt, dann findet man keine Sackgassen und was weiß ich. Dieser Ansatz mit den Baugemeinschaften, ist sowas für Sie vorstellbar? Ich meine, Menschen sind ja nun mal so, Sie möchten alles Individualisten, aber die Idee an sich? Also ich fand, im Campus in Minden war ja dieser Freiburger da, der dieses Freiburger Modell gemacht hat. Das fand ich eigentlich sehr interessant, weil nicht ein Immobilengeber ein Projekt macht und dann irgendwie das Ganze verkauft, sondern dass diese Leute mit integriert werden. Das fand ich eine super Idee. Die Veranstaltung, gehen wir mal kurz von der Veranstaltung heute aus. Waren das positive Aspekte für Sie oder denken Sie, das ist gar nicht realisierbar? Hat der Mann da vorne Visionen, die sich in Minden sowieso nicht realisieren lassen? Wenn Minden diese Visionen nicht nützt und daraus eine Entwicklung ableitet, dann wird die Stadt zugemacht. Also gute Nacht Minden. Nein, aber wir wollen ja nicht unter keinen Umständen gute Nacht Minden. Ich gehe davon aus, dass auch Sie sagen, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Was muss denn die Politik jetzt an dieser Stelle aus Ihrer Sicht tun? Ja, ich denke, dass die erstmal die nötigen Beschlüsse fassen müssen, erstmal auch zu dem Verkehrskonzept. Und ja, sonst schließe ich meinen Vorredner eigentlich an zu dem ganzen Konzept. Und ich finde das toll, dass sich endlich was in Minden bewegt. Mir wäre auch lieb gewesen, als hätte es sich beim Rathausquartier schon so positiv entwickelt. Aber das war leider nicht der Fall. Und ich denke, wir gucken gut für Minden in die Zukunft, wenn das realisiert werden sollte. Thema Rathausquartier, dieses Ding, Obermarktpassage, Hagemeyer dazwischen. Ist ja ein ziemlicher Brocken. Also das Rathaus kann ja eigentlich auch so nicht bleiben, oder? Nein, das Rathaus von der Fassade her sieht das aus wie ein Kloster. Aber wenn das wie ein Kloster bleibt, dann wird hier auch nichts mehr Neues kommen. Denn selbst aus den Klöstern sind schon die Franziskanermönche ausgezogen. Erstmal war ich sehr überrascht, dass doch so viele kamen. Ich war um Viertel vor sieben hier, 20 vor sieben. Da saßen sechs, sieben Bürgerinnen und Bürger hier. Und da dachte ich, na gut, heute ist ja Weihnachtsmarkt. Die stehen jetzt unten und trinken Glühwein und essen eine Bratwurst. Und es ist ja eigentlich alles erledigt hier. Der Stadtrat hat zugestimmt. Und warum sollten die heute Abend noch mal kommen? Und ich hatte mich schon darauf eingerichtet, vor zehn, zwölf Bürgern einen Vortrag zu halten. Das mache ich aber auch. So, und dann war es dann doch ein volles Haus. Und das zeigt mir einfach, dass die Mindener nicht müde werden, sich um ihre Stadt zu kümmern. Das ist erstaunlich. Meine Erfahrung ist durchaus eine andere. Und im Grunde genommen ja ein sehr gutes Omen für 2013. Wie sehen Sie, dass genügend private Investoren gewonnen werden können, um Vorschläge, die Professor Christ jetzt gerade gemacht hat, Lückenbebauung, was alles ist, dass sowas sich realisieren. Das geht ja nur mit Geld in irgendeiner Form. Das geht sicherlich nur mit Geld. Die Problematik wird sein, die Eigentümer der Parzellen, um die es hier geht, dazu zu bewegen, ihre Parzellen für eine solche Bebauung zur Verfügung zu stellen. Und wenn man sich dieses Bild, was er da aufgemalt hat, mal anschaut, dann sieht man teilweise auch, dass es sich auch hier um Parkflächen handelt, beziehungsweise um Flächen, die definitiv heute für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung stehen, um eben an bestimmten Stellen auch noch mit dem Wagen oder aber zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch die Stadt zu kommen. Ich denke, dass das Wohnen in der Innenstadt eine attraktive Sache ist, für die sich auf Dauer auch Investoren finden werden. Ob gerade diese Stellen diejenigen sind, die dann hinterher gewählt werden, das hängt eben von verschiedensten Faktoren ab. Und unter anderem eben auch von den Eigentümern. Ganz allgemein zu dem Prozess, der jetzt hier stattfindet. Wie sehen Sie den? Ist der kritisch zu betrachten oder ist er einfach so, wie viele sagen, durchweg positiv, dass es eben eine Bürgerbeteiligung gibt und dass damit alles schon Friede, Freude, Eierkuchen ist? Naja, eine gesunde Kritik ist ja eigentlich immer angebracht, wenn sie dann auch entsprechend konstruktiv ist. Das ist ja gar keine Frage. Allerdings bleiben hier doch einige Dinge im Raum stehen und müssen hinterfragt werden. Auch im weiteren Prozess zum Beispiel soll es hier ja nun nicht allein um das Center gehen, so wird gesagt, sondern um die Entwicklung des gesamten neu geschaffenen Wesertorquartiers. Das ist ja in der Historie wohl so nicht gegeben hat. Und dann muss man natürlich hinterfragen, wie ist die zeitliche Reihenfolge? Es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, wenn das Center erstmal steht, dann wird es schwierig, in der übrigen Stadt noch was zu entwickeln. Und weiter zu fördern. Darum würde natürlich auf jeden Fall in der weiteren Diskussion immer wieder die Frage zu stellen sein, wann soll denn was kommen, um das Center herum auch. Denn wie wir ja schon gehört haben, mit öffentlichen Mitteln ist nicht viel zu wollen. Es müssen private Investoren dann her. Und wo will man die hernehmen und wie will man das zeitlich hintereinander bringen, um auch die übrige Stadt wirklich davon profitieren zu lassen, wenn ein Center kommt. Aber grundsätzlich ist es eigentlich jetzt eine ganz gute Zeit dafür. Geld, Baugeld speziell, ist relativ billig. Also die Leute fliehen mehr oder weniger in Betongold. Kann auch keine bessere Zeit dafür geben. Theoretisch ja. Praktisch sieht die Sache natürlich häufig anders aus. Denn die Grundstücke sind zum Teil ziemlich zersplittert. Und wir haben es im Handel auch immer wieder erlebt, wenn es darum geht, bestimmte Dinge vielleicht mal zueinander zu führen, um größere Flächen und Einheiten zu schaffen, dass es nicht ganz einfach ist, an die Eigentümerhaupt dran zu kommen. Es sind häufig Eigentümergemeinschaften, die man ganz schlecht erreichen kann oder die vielleicht auch in sich nicht ganz einig sind in der Sichtweise, wie weit da mit der Immobilie umgegangen wird. Also wie Sie schon sagen, die Zeit wäre reif und wäre gut dafür. Aber ob es praktisch umsetzbar ist, kurzfristig, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Man sollte weiterarbeiten daran. Aber es muss natürlich jetzt auch so ein bisschen drive in die ganze Sache reinkommen. Vielen Dank, meine Herren. Also Investoren würde ich nicht sagen, das sind Bauherren. Ja, es sind in der Regel einfach Familien oder Einzelne, die ein Haus bauen. Wie vor 120 Jahren, vor 100 Jahren, ein Haus neben das andere, was in Tübingen ausprobiert wurde, ist mittlerweile in vielen deutschen und europäischen Städten angekommen. Das funktioniert dann, wenn die Stadt das Management übernimmt. Und es muss immer eine einladen, nach dem Motto, kommt doch mal bei mir vorbei und unterhaltet euch mal. Das ist wie im wahren Leben. Am Anfang hat man unterschiedliche Interessen. Dann redet man miteinander. Man bringt vielleicht seinen Architekten mit oder hat gar keinen und lässt sich einen Architekten empfehlen. Und am Ende sind, sagen wir mal, 10, 15 Parteien mit vielleicht zwei, vier, fünf, sieben Architekten in einem Boot. Und wie das so ist, dann muss man gemeinsam rudern. Und es ist einfach sinnvoll, wenn alle in die gleiche Richtung rudern. Und wenn alle auch wissen, wo sie gemeinsam hin wollen. Und nicht immer unterwegs das Ziel ändern. Das heißt, die Stadt muss eine klare Zielvorgabe machen. Sie muss sagen, wir wollen, dass in Minden in den nächsten zehn Jahren diese Baulücken bebaut werden. Und wir wollen, dass das keine institutionellen Investoren sind, die hier sozusagen Massenware abliefern. Sondern wir wollen, dass das Mindener sind oder Menschen, die sich in Minden ansässig machen wollen. Denn sie bekommen damit Stadtbürger. Sie haben Bauherren und gleichzeitig sind es Stadtbürger. Haben Sie die Idee mit der Stadt schon mal besprochen, ganz kurz, irgendwo außerhalb des heutigen Abends? Natürlich. Ich habe das vorgestellt, was wir hier heute Abend auch präsentiert haben. Und die Stadt ist offen, soweit ich das sehe, für diese Entwicklung. Sie hat keine Erfahrung bis jetzt damit, aber das lässt sich nachholen. Ich biete gerne an, wenn ich Zeit habe, bin ich sogar dabei, den Kontakt nach Tübingen weiterzugeben. Ich kann Ihnen nur als letztes vielleicht dazu sagen, in der Woche nach Ostern, am 5. und 6. April 2013, organisiere ich von der Bauhausuniversität in Weimar mit einer Partneruniversität in Los Angeles einen zweitägigen deutsch-amerikanischen Städtebaukongress. Dazu laden wir acht Projekte aus Deutschland ein, die dort präsentieren, die dort sozusagen ihre Erfahrungen vermitteln. Und ein Projekt ist Tübingen in Los Angeles.